Herzlich willkommen hier auf dem Milchhof Lukasen bei Anita und Michael und Henna. Wir wollen euch heute mal unseren Hof hier zeigen. Wir sind hier gerade in der Kinderstube bei den kleinen Kälbern. Ihr könnt euch mal ein bisschen umschauen. Die springen gerade schon ganz munter in ihren Hütten herum und so wollen wir euch heute hier unseren Hof zeigen. Wir sind hier in den Kälbern. Ja, wir sind jetzt hier im alten Kuhstall, der ist schon über 30 Jahre alt, sogar 35 Jahre ganz genau. Und hier haben wir unsere Fersengruppe und das Jungvieh untergebracht. Vorher haben wir eben gesehen, wie die Kälber untergebracht sind. Jetzt sind wir halt hier bei den älteren Tieren. Und nachher gucken wir dann noch, wo die älteren Kühe und die Trockensteher und die tragenden Rinder untergebracht sind. Kommt einfach mal mit und schaut es euch an, dann seht ihr, wie unser Hof hier aussieht. Ich hatte hier eben tatkräftige Unterstützung beim Futteranschieben von unseren Mädels. Die sind schon voll mit dabei und das ist eine Freude zu sehen, wie viel Spaß auch sie hier an den Kühen haben. Wir sind hier im neuen Kuhstall, der ist jetzt vier Jahre alt. Hier ist alles etwas noch komfortabler für die Kühe gestaltet. Da sind die Boxen etwas größer, also vor allem etwas länger. Und sie genießen das hier in ihren großen Boxen mit dem vielen Platz, viel Licht, viel Luft den Tag zu verbringen. bis zum Glück. Ja, genau. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020